Zehn Typen von Harter in keine Ahnung wie vielen Sekunden in GTA. Der Bewerbungshater. Also Herr Harter. Ich hätte da schon die nächste Frage für Sie. Warum meinen Sie, dass wir ausgerechnet wir Sie einstellen sollten, erklären Sie es mir. Na ja, denn Firma Salamitek ist eine sehr schlechte Firma, und da dachte ich, ich könnte damit helfen. Außerdem finde ich das Personal wirklich scheiße, und daher muss ja mal jemand kommen. Und die Firma, so wie Sie, verbessern Sie hässlich unter einer Geburt eines Zombies. Ähm. Also Herr Harter. Verschwinde du Hässlichkeit und wehe, du kommst noch mal vor meinen Augen, sonst rufe ich die Bullen. Der Harter, der sich nach einem schlechten Bewerbungsgespräch rächt. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht noch mal kommen. Oh mein Gott, was haben Sie da? Also. Atslakmata-Hacker. Der freundliche Harter. Oh hey. Hey, einen schlechten Tag, euch beiden. Mann, du schaust aber richtig gut aus für ein Stück Scheiße. Immer noch so hässlich wie immer großartig. Ist das deine Frau neben dir? Ihr seid ein so süßes Paar. Ihr seid beide hässlich. Und das bringt euch zusammen. Ich bin deine Mama. Ha 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 ha, das Kitzelt hört auf ihrer Baute. Ha 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 ha, das Kitzelt zu sehr XD. Ha 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 ha. Hallo? Ihr seid schlecht. Mu ha 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 ha. Ich verpiss mich wieder. Ciao ihr Losers. Der Gangster Harter. Heyo, Alter, sag deine Videos sind schlecht. Ihr stimmt mir zu. Ich hab doch voll recht. Eure auch. Ich bin berühmt, und ihr nicht. Stimmt's, du lauch? Immer wenn ich furze, riecht es sehr nach Rauch. Fuck. Der Oblivien-Hater. Was? Das ist aber Oblivien, und nicht GTA. Heiliger Strohsack, und warum bin ich schon wieder im Knast? So eine Sch... Der Hater Hater. So, dann werde ich diesen Bissar mal fertig machen. So, dann werde ich diesen Bissar mal fertig machen. So ein Arschloch. Zum Glück bin ich kein Hater, so wie der Pisser auf YouTube, der schlechte Hater. Ähm, hallo? Ja? Ja? Was kann ich für dich tun, mein Kleiner? Hey, deine Videos sind schlecht oder so. Mu ha ha ha, ich bin böse. Gib doch endlich zu, dass du einfach zu schlecht als Harter bist, Kleiner. Such dir einen Job. Warten Sie, lassen Sie mich das nochmal versuchen, auch mal noch. Ich hätte auf meine Mami und meinem Papi hören sollen. Ich bin einfach zu schlecht als Harter. Weder auf YouTube noch in der Realität. Ich habe dafür mein Studium abgebrochen, um ein Harter zu werden, auch Manno. Ich bin einfach schlecht. Verzeige nicht, mein Junge. Du kannst noch was werden. Jesus Christus, erhöre mich. Du bist doch 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 der GTA 4 Harter HD. Ja, Kleiner. Ich habe dich gehört. Deine Trauer und Emotionen habe ich gespürt, mein Junge. Oh Gott. Glauben Sie etwa, dass ich ein guter Harter werde? Wollen Sie mir das sagen? Willst du mich verarschen? Du bist einfach schlecht. Geh wieder deine Fische verkaufen, du Penner. Meine Fresse, was für ein schlechter Harter. Der Apeggrimme Harter. Jo, voll kacke Apeggrimme. Ja, Mann. Wir sind total lahm, die Idioten. Richtige Pisser stimmt Harter. Hör auf mich zu schubsen. Blöd sind die Penner. Nur 12-jährige Mädchen gucken diese Schwuletten an. Das ist ja typisch, dieser... Harter wieder. Das ist aber ein Zufall, ist das nicht der Katanomensian Harter? Zeig ihm mal deine besten Sprüche, die ein Harter je sagen kann. Die sind total beschissen geschnitten worden, Deppmu. Ha ha ha. Respekt, das ist ja... Das war es für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Und wenn nicht, dann nicht. Da 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 la la l devastated. Da da da.